So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO. Wir wollen euch noch kurz die brandaktuellen News raushauen, wie der Thomas gerade gesagt hat im Stream. Der nächste C-Day wurde angekündigt. Ihr wisst, als nächstes steht ja eigentlich der C-Day mit Otaro ins Haus, wo viele Leute sich natürlich wieder drauf freuen. Ist ein neues Shiny, gab es bisher noch nicht. Gibt es wieder drei Shiny für die Familie. Ist natürlich ein Starter-Pokémon, ist immer gern gesehen. Jetzt wurde aber schon der C-Day für nach den Otaro C-Day angekündigt mit, haltet euch fest, Zwirrlicht. Ja, kann man jetzt sagen, so ein Mist, aber vielleicht, weiß ich nicht. Ich meine, Zwirrlicht im Endeffekt, dadurch, dass es ja dann Zwirrlicht, Zwirrklop, Zwirrfinst, sonst was mit Sinustein-Entwicklung auch, passt das ja trotzdem irgendwo rein ins Community-Day-Muster. Es passt auf jeden Fall zu Oktober, es passt in alles. Es ist halt schon Anfang Oktober am 9. Ende Oktober ist halt wieder Halloween-Event, alles mögliche, aber so ziemlich Anfang Oktober ist man so weit von Halloween entfernt. Kann man da mit einem C-Day-Pokémon, mit so einem schaurigen Geist überhaupt schon was anfangen? Wir gucken mal. Ich bin ein bisschen, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, müsste ich sagen, freue ich mich wahrscheinlich eher auf den Zwirrlicht-C-Day als auf den Otaro-C-Day, denn ich finde, Otaro sieht halt wieder sehr unspektakulär aus, während ich an sich Zwirrlicht als Pokémon vom Design her richtig cool finde. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie die Shinies aussehen. Ey, so ein Quatsch. Ich habe doch die Shinies schon alle auf der Hand. Also ich weiß, wie die Shinies aussehen. So ein bisschen bräunlich da, ne, dann geht es richtig ab. Ja, aber ich weiß nicht. Ist halt wieder ein Pokémon, was es halt schon als Shiny gibt und jetzt nicht unbedingt neu ist. Was für viele dann aber interessant wäre, ist natürlich der Bonus dazu. Normalerweise warte ich ja immer bis GoGames oder Pokefans.net da einen schönen Artikel rausgehauen hat, schön übersichtlich, aber Pokefans.net in letzter Zeit teilt einfach immer nur noch diesen Post von der Blogpost-Seite, ohne selber noch irgendwas zu animieren und zu gestalten. Und da wird wahrscheinlich auch nicht großartig, was von denen kommen, weil ich eh die nächsten Tage schon diverse andere Videos vorbereitet habe, werde ich das jetzt eben abends nochmal raushauen. Schreibt euch das Datum auf am 9. Oktober wieder 11 bis 17 Uhr, also Zwirrlicht-C-Day. Das sieht ja schon mal cool aus, passend dazu. Ist wie gesagt trotzdem ein interessantes Pokémon mit einer Sino-Entwicklung. Habt dann also auch wieder drei Shinies als Familie, wenn ihr das jetzt noch nicht habt. Ich hab's halt schon, Otaro hab ich noch nicht, weil das gab's ja noch nicht. Das ist der Unterschied, aber generell finde ich Zwirrlicht eigentlich cooler als Otaro. Auch wenn ich's halt jetzt nicht brauch. Aber, Besonderheiten, Zwirrlicht erscheinen häufiger in der Wildnis. Mit Glück begegnen die einem schillernden Exemplar, ist ja immer so. Entwickelt Zwirrklop die Weiterentwicklung von Zwirrlicht. Während des Events oder bis zu zwei Stunden danach, also bis 19 Uhr geht das dann, erlernt Zwirrfinst die Ladeattacke Spukball. Das kann es jetzt noch nicht, das kann dann Spukball erlernen. Vielleicht wieder für manche interessant, für die GBL schließt die kostenlose befristete Forschung während des Community Day mit Zwirrlicht ab, um Sino-Steine zu erhalten und Zwirrklop zu Zwirrfinst weiterentwickeln zu können. Das war bisher eigentlich immer so, wenn ein Pokémon drin war, was eine Sino-Entwicklung hat, dass es im Heute-Tab so vier Aufgaben gab auf einem Kapitel und ihr Sino-Steine gekriegt habt. Da, 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 dass ihr genügend habt, dass ihr eben auch euer Bestes entwickeln könnt, euer Höchstes und eben auch das Shiny durchentwickeln. Also, wer das jetzt wirklich gar nicht braucht, kann die Sino-Steine auch für andere Sachen nehmen, noch ein paar Rihonjo basteln oder irgendwas. Das ist sehr schön, dass sie das so beibehalten. 30 Hyperbälle werden im Shop kostenlos verfügbar sein. Lasst euch das nicht entgehen. Holt sie im Laufe des Events ab. Für Leute mit Ballmangel auch nett. Macht während des Community Day ein paar Schnappschüsse. Eine Überraschung könnt ihr euch erwarten. Sicherlich halt Zwirrlicht. Ja, ich glaube nicht, dass da jetzt was anderes drauf ist. Dann gibt es wieder die Sea-Day-Box. Für 1280 Münzen. Also für 12,80 Euro. Normalerweise. 50 Hyperbälle. Viermal Rauch. Vier Sternstücke. Eine Top-Lade-TM. Werde ich mir wahrscheinlich wieder nicht kaufen, weil für mich wäre das dann so, als würde ich eine Top-Lade-TM für 12,80 Euro kaufen. Ich werde versuchen trotzdem aus der GBL immer meine zu ziehen. Für 1 US-Dollar gibt es auch wieder eine exklusive Spezialforschung für den Community Day mit Zwirrlicht. Geisterstunde macht die Runde. Ich habe mir bisher immer für 99 Cent diese Spezialforschung geholt. Finde ich eigentlich auch cool. Gibt es immer ein paar Items. Gibt es immer ein paar Pokémon-Begegnungen. Es gibt die letzte Stufe von dem Pokémon auch euch direkt hingestellt. Also da haben viele schon gute Fänge auch gemacht. Finde ich für 99 Cent macht man da nichts verkehrt. Einmal im Monat kann man sich das schon leisten. Bleibt dran, damit ihr den Beginn des Ticketsverkaufs für die Spezialforschung Weiß ich nicht, was der letzte Absatz hier jetzt alles so zu bedeuten hat, weil eigentlich diese Spezialforschung für 99 Cent ist etwa begrenzt. Gibt es nur 100 Mal diese und die ersten 100 kriegen die? Also eigentlich ist doch das nichts. Und für jeden. Oh, ich will meine 99 Cent wieder. Jetzt reicht es. Ist also, weiß ich nicht. Kann man eigentlich ignorieren, den letzten Abschnitt. Und die Boni sind natürlich interessant. Lokmodule, 3 Stunden. Rauch, 3 Stunden. Ist also jetzt kombiniert. Lokmodule waren sonst immer 3 Stunden, Rauch nicht. Dann haben sie Lokmodule gar nicht mehr geboostet. Nur noch den Rauch. Jetzt ist beides immer gleichzeitig geboostet, was am krassesten einfach ist, gefühlt. Und dreifacher Fangsternenstaub für dieses kleine, süße Pokémon. Dreifachstaub ist auf jeden Fall cool. Die Leute freuen sich immer, wenn es dreifachstaub gibt. Die Shinies, wem die noch fehlen, der freut sich sicherlich auch. Es passt zur Jahreszeit. Also es hat drei Entwicklungen, also drei Stufen. Zwei Weiterentwicklungen dann dazu. Wie sieht es bei euch aus? Braucht ihr noch Zwirlicht? Habt ihr schon ein Zwirlicht? Oder habt ihr eins und braucht noch zwei? Oder freut ihr euch auf das Pokémon? Werdet ihr das in der GWL nutzen? Was sagt ihr zum Bonus? Was sagt ihr zum C-Day allgemein? Ich hätte irgendwie, glaube ich, mit was anderem gerechnet. Aber was genau, weiß ich auch nicht. Ich habe da eh keinen Überblick. Also ich finde es schade, immer wenn was, was schon als Shiny erhältlich ist, dann direkt einen C-Day bekommt. Ich freue mich immer nur über neue Sachen. Milzer C-Day bleibt weiterhin ein Phänomen, auf das natürlich alle warten, aber hätte vielleicht auch für den Oktober jetzt nicht wirklich gepasst. Mal gucken, wann es soweit ist. Die Starter sind ja jetzt dann abgeschlossen. Jetzt ist wieder was anderes da. Es kann eigentlich nicht mit einem Starter weitergehen. Das wäre auch zu verfrüht. Also nächste Chance vielleicht im November. Milzer C-Day? So muss ich das Titel nennen, damit alle durchdrehen. Mache ich aber nicht. So. Das war es jetzt aber, glaube ich, von meiner Seite aus. Wie gesagt, Shinies habe ich alles. Staub passt und Oktober. Ja. Nehmt erstmal Otaro mit. Jetzt Mitte September. Freut euch dann hier. Und dann haben wir ja noch zwei. Obwohl Dezember ja wieder sicherlich dieses große Best-of kommt. Von allen C-Days zusammen. Also gibt es nur im November noch einen neuen. Oder auch alten. Je nachdem. Bis dann eben im Dezember dann wieder dieser super C-Day ist. Mit den Sachen aus dem ganzen Jahr. Mit dem Best-of, wer da einen verpasst hat. Kann da natürlich wieder zuschlagen. Ähm. Ich habe morgen noch ein schönes Video vorbereitet. Wäre cool, wenn ihr euch das anguckt. Weil das wird jetzt wieder dazwischen geschoben. Entweder geht das komplett unter oder das andere geht unter. Finde ich immer kacke, wenn die dann mittendrin noch sowas raushauen. Wenn man schon den ganzen Plan voll hat. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.